Hallo, ich bin die Marion Ebner-Ebenauer aus Polsdorf, aus dem nordöstlichen Weinviertel. Ich bin heute am 22. Dezember euer Vorweihnachtsengel und bei uns gibt es zu Hause bei der Schwiegermama immer gebackenen Karpfen und ich muss gestehen, ich mag das sonst nicht so gerne, aber einmal im Jahr ist das einfach die traditionelle Weinviertler-Weihnachtsspeise und was kommt dazu? Zum gebackenen natürlich grüner Weltliner. Ich darf euch euren unseren Ebental vorstellen. Das ist eine ganz besondere Lage. Sonst ist es ja bei uns eher sehr hügelig und das Ebental, man nennt das bei uns Sutten, das ist so eine kleine Ebene, aber keine Angst, dort bleibt kein Nebel stehen. Es ist eine sehr reife Lage, es ist ein ganz kalkiger Lös und dieser mineralische Weltliner passt einfach herrlich zum gebackenen, typisch österreichische DNA. Weltliner und gebackenes. euer Mehrzванner. Weltliner und gebackenen. ありがとうございました.